Schindler Clean Space passt die maximale Traglast so an, dass die Kabinen nicht überfüllt werden. Wenn die maximale Kapazität an Passagieren erreicht ist, fährt der Aufzug ohne weiteren Halt zu den Zielstockwerken. Die Belegung der Aufzüge wird reduziert, ohne dass neue Hardware installiert werden muss. Schindler Clean Mobility Lösungen stellen Hygiene und Sicherheit in den Mittelpunkt der Innovation, um den Passagieren zu helfen, sich auf eine sich verändernde urbane Welt einzustellen.